Einleitung und 360-Grad-Ansicht Die Digitalkameras der RX-Serie stehen bei Sony für höchstmögliche Bildqualität in kleinen Kameragerhäusern. Mit der Sony Cybershot RX100, der RX100 II und der RX1 sowie der RX1R gibt es dabei aktuell vier Modelle, die alle neben ihrer hervorragenden Ausstattung auch eine wirklich exzellente und für ihre Größe weit überdurchschnittliche Bildqualität bieten können. Während die genannten Modelle allerdings nur über einen kleinen Brennweitenbereich oder sogar nur über eine Festbrennweite verfügen, will Sony mit der RX10 nun auch eine größere Brennweitenabdeckung in der RX-Serie anbieten. Ganz in der Tradition der RX100-Modelle kommt dabei ein 13,2 x 8,8 mm großer Bildwandler zum Einsatz. Der CMOS-Chip stellt Sensorempfindlichkeiten von ISO 80 bis ISO 12800 zur Verfügung, ISO 25600 lassen sich in Kombination mit der Multiframe-Rauschreduzierung nutzen. Dabei werden mehrere, automatisch hintereinander aufgenommene Einzelbilder zu einer rauschärmeren Aufnahme verrechnet. Auch die restliche Ausstattung der Bridge-Kamera liest sich wie das Who-is-Who der Digitalkamera-Technik. Wie bei allen Modellen der RX-Serie kommt ein Carl Zeiss Sonat T-Objektiv zum Einsatz. Bei der RX10 deckt dieses eine kleinbildäquivalente Brennweite von 24 bis 200 mm ab. Beachtlich ist dabei die Offenblende von f2,8, die sich über den gesamten Brennweitenbereich erstreckt. Das 3,0 zur große Display lässt sich nach oben sowie unten klappen und löst 1,23 Millionen so Pixel auf. Mit einem zusätzlichen weißen Bildpunkt wird die Helligkeit erhöht. Auch beim elektronischen Sucher greift Sony auf hochwertige Technik zurück. Der OLED-Sucher stellt 1,44 Millionen so Pixel dar. Videos lassen sich in Full-HD-Auflösung mit 50 Vollbildern pro Sekunde im A4-CHD-Format festhalten. Zur Tonaufnahme kann das integrierte Stereo-Mikrofon oder ein externes Mikrofon verwendet werden. Fast schon standardmäßig kommen nach diesen Highlights die PASM-Modi, die Vollautomatik und die zwei Custom-Modi daher. Mit Akku und Speicherkarte wiegt die Sony Cybershot RX10 genau 812 Gramm. Zahlreiche Schnittstellen wie unter anderem HDMI, USB und auch ein WLAN-Modul sowie NFC runden das Gesamtpaket ab. Lediglich ein GPS-Modul sucht man bei der RX10 leider vergeblich. Neben diesem Einfühlungsvideo stellen wir Ihnen die Kamera in weiteren Videos detailliert vor. Darin erfahren Sie zum Beispiel Näheres zur Ausstattung, dem Bildstabilisator und der Bildqualität. Untertitelung des ZDF für funk, 2017